Ich finde den Stoff gut, weil ich die Farbe suche. Also, das brauche ich nicht. Ja, und wegen der... Weil das so gleich ist... Gibt es alle? Ja, ich mache den Stoff, weil der Gensch ist. Ja, ich mache den Stoff, weil der Gensch ist. So, das ist eine Mixed-Gruppe, mit drei vocationale Studenten, und Studenten von der ersten Jahre der vocationale Training. Und hier haben wir den Social-Teacher, die mit den Jung-Tippen, die geteilt ist, mit den, ich weiß nicht, mit den, ich weiß nicht, mit den Menschen in dieser Richtung.